Hallo liebe Goldsucher, wir sind heute beim Goldwasch. Wir haben ein wahnsinns Glück, unser Ausweichplatz. Der ist betretbar. Wir haben sogar direkt vor der Nase Wasser fließendes. Der Rhein fließt ganz weiter hinten normalerweise. Heute reicht er bis hierher. Wir haben also ein riesiges Glück und freuen uns auf diesen Tag. Es sind wenige Goldsucher kommen, die einfach schon da sind. Und für alle anderen kann ich sagen, wir werden wahrscheinlich das nächste Mal dann auf unserem eigenen, eigentlichen Platz gehen können. Also ich wünsche euch viel Spaß. Hast du ans Punde? Jetzt. Siehst du das? Guck mal, da. Haha, Miggi. Unterm, unterm schwarzen Cent. So machen sie es bei denen, jetzt sind immer die Großen. Beide haben gedacht, ich habe einen gesehen. Ich finde, dass sowas in der Rinde geschickt bleibt. Anstrengend. Okay, rbb 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 Das ist doch nicht schlecht, oder? Wobei die besser wie die. Wo habt ihr das gefunden, wo habt ihr das gefunden? Da habe ich noch ein kleines Baby und rein damit. Können wir nicht drüber reden. So, hallo liebe Goldsucher, das Goldwasch ist vorbei, wir haben ein riesen Glück gehabt. Der Wasserstand war nicht so enorm hoch wie im Laufe der Woche. Die Teilnehmer sind gegangen, es waren ein paar da, die haben alle Gold gefunden. Er war richtig schön. Es war echt schön, ganz tolle Leute. Und jetzt, pünktlich zum Schluss, hat es angefangen zu regnen. Die Leute sind zu den Autos gelaufen, die fahren jetzt zur Unterkunft bzw. nach Hause. Und wir gehen jetzt auch auf den Nachhauseweg. Jetzt gibt es Kaffee. Jetzt gibt es Kaffee. Also, tschüss. Tschüss.